Das ist der Joschi, geboren 2013, der jetzt momentan im Trainingszentrum Suissevence ist. Und wie man sieht, er hatte einmal ein Plätzchen. Das Herrchen ist verstorben und das Frauchen kam in den Pflegeheim. Aber jetzt ist er bei Pflegern gut aufgehoben, ist an sich fröhlich da, aber sucht natürlich wieder ein Zuhause. Er ist ein Senior, wie gesagt, gibt es im 11. Lebensjahr. Und wir freuen uns, wenn er ein Zuhause bekommt, auch gerne mit einem anderen Hund. Er ist sehr gut verträglich, geht gut an der Leine. Man soll ihn nicht weglassen von einer Schleppleine, da er eben, wie gesagt, ganz gerne nachläuft. Und wenn er etwas Zeit bekommt, sich anzunähern und man ihn nicht gerade überfällt, dann kommt er auch zu sich her, ist an sich ein bisschen schüchterner Hund geblieben. Aber wie man sieht, auch ganz lieb und zutraulich zu allem, wo er sich schon geöffnet hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017